Hallo ja alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Harry Potter und die Kammer des Schreckens auf der Playstation 1. Ja, in der letzten Folge ist so ein bisschen was geschehen und was da genau passiert ist, das wird jetzt kurz und knapp zusammengefasst von unserem lieben Freund, dem Erzähler. Draco Malfoy beschimpfte Hermine als dreckiges Schlammblut. Als Ron versuchte ihn mit einem Fluch zu belegen, explodierte sein Zauberstab und er spuckte Schnecken. Harry folgte Ron, der zu Hagrids Hütte eilte. Nun müssen sie Hagrid finden, damit Ron aufhört Schnecken zu spucken. Genau, das ist alles passiert und jetzt müssen wir Ron begleiten und das wird eine richtig fiese, miese, dreckige, stinkige Rutschpartie. Das weiß ich noch allzu gut. Du dreckiges kleines Schlammblut. Dafür wirst du bezahlen, Malfoy. Ron, bist du okay? Mir geht es nicht gut. Ron, du läufst besser schnell zu Hagrid. Geh mit Ron, Harry und lass ihn nicht aus den Augen. Das werden wir noch sehen hier, wenn wir uns auf dem Quidditch-Spielfeld gegenüberstehen. Und jetzt müssen wir Ron, dem spuckenden Ron hier hinterherlaufen, auf dem Weg zu Hagrid. Anscheinend schafft er es nicht alleine, dorthin zu kommen. Und ich weiß nicht, warum das hier so glibberig ist. Also, ich schätze mal nicht, dass er den ganzen Weg hier schon vollgekotzt hat. Und findet ihr nicht, Leute, dass sein Spuckgeräusch eine Ähnlichkeit hat mit einem Eber? Also mit einem Schwein. Also mich erinnert das immer so ein bisschen an so ein Eber. Das ist ein bisschen komisch, das Ganze. Und es ist allgemein komisch, dass wir ihm gerade so hinterherlaufen müssen und dass es hier so glibberig ist. Das ist natürlich wieder klar. Das ist typisch, typisch Hochquartz. Es ist ein magischer Ort, Leute. Und diesen Schokofrosch hätte ich lieber mal mitgenommen. Weil ich habe kaum noch Leben. Und ich glaube nicht, dass ich in diese Büsche da reinrutschen sollte. Sonst macht das richtig. Aua, da ist ein Schokofrosch. Den nehme ich mit. Ah, das tut gut. Oh, fast runtergefallen. Hey Ron, willst du auch einen Schokofrosch? Nein, willst du nicht? Ich frage ja nur. Ich wollte dir was Gutes tun. Ich dachte so, lecker Schokolade. Die ist bestimmt richtig gerade nach einer richtig leckeren Schokolade, oder? Das ist bestimmt nur deinem Magen, der knurrt. Und nicht, nicht, nicht. Das ist nicht so, dass du Schnecken hier auskotzt. Du hast einfach nur Hunger. Du kleiner Eber. Das ist auch lustig, wie die, wie die, wie Merv und seine zwei Kollegen da, was das, was sie für Schweinsnasen hatten. Müsst ihr euch doch mal reinziehen, wenn ihr da nicht so drauf geachtet habt. So ein geniales Spiel. Ey, es ist so lustig. Yeah, Rampe. Yeah. Geile Stunts werden hier gemacht. Wir bleiben immer dicht an ihm dran. Immer dicht. Aber wir bleiben dir dicht auf den Fersen. Ich weiß nicht, wie weit wir es jetzt noch haben. Ich glaube, wir sind jetzt schon gleich da. Ach so. Dritte Ebene. Äh, ja. Ich komme nicht hoch. Es ist glibberig. Ich... Harry, beeil dich. Beeil dich, Harry. Wir dürfen ihn nicht aus den Augen verlieren. Sonst müssen wir das Ganze hier noch einmal machen. Da habe ich nicht so Lust drauf. Wenn ich ehrlich bin, nicht wirklich. Okay, nicht runterfallen. Harry, du bist... Warum ist das hier so glibberig? Wer hat das hier so eingeschmoddert? Ehrlich, das kann doch nicht von Natur aus hier so glibberig sein. Das muss doch irgendjemand... Irgendjemand muss hier doch, keine Ahnung, irgendwas hingeschmiert haben. Oder was weiß ich. Oh, ich nehme den Schokofrosch mit. Wir müssen uns langsam so ein bisschen heilen mal wieder. Ich will endlich mal wieder volle Energie haben. Das ist voll blöd, das Gefühl, die ganze Zeit nicht mit voller Kraft bei der Sache zu sein. Wir wollen doch das ganze Potenzial von Harry Potter ausschöpfen. Und das geht nur, wenn er volle Lebensenergie hat. So, jetzt sind wir bei Hagrid, oder? Da ist doch seine Hütte. Hagrid, der Eber ist angekommen. Und es wird gespeichert. Und jetzt kommt noch eine viel komischere Challenge hier in dem Spiel. Das weiß ich noch so gut, Leute. Okay, Harry. Die Schnecken müssen alle raus. Ich gebe dir Fangs Futternapf zum Auffangen. Bewege den Napf unter Ron, um sie aufzufangen. Leere ihn dann so oft es geht in das Fass, indem du die Quadrat-Taste drückst, damit er nicht überläuft. Schnell, Harry. Viel Glück. Ja, danke schön. Es ist jetzt auch so unlogisch. Warum kotzt Ron immer in eine andere Richtung? Das ist so unlogisch. Das ist so verdammt unlogisch, Leute. Oh, ich, achso, ich muss das natürlich neben dem Napf, neben dem Fass leeren. Sonst bringt das Ganze nix. So, Hagrid, ich glaube, ich hoffe, du hast nichts dagegen, wenn ihr ein paar Schnecken auf dem Boden liegen. Oh. Ron, kannst du nicht bitte in eine Richtung nur die Schnecken ausspucken? Das ist ein bisschen blöd hier gerade, bei Diamond und der Geyre. Okay. Drei Schnecken noch. Vielleicht schaffen wir es im Zeitlimit. Ron, spuck! Harry, hast nicht genug Schnecken gesammelt. Der hat nicht schnell genug gekotzt, der Ron. Ron hat nicht schnell genug gekotzt. Und ein paar sind auch daneben gegangen. Okay, Harry. Die Schnecken bewegt den Napf unter Ron, um sie aufzufangen. Viel Glück. Ja, danke schön. Kannst du bitte anfangen zu kotzen, Ron? Wer der zutiefsten Dank verpflichtet, danke schön. So, nächste. Es dürfen nicht so viele Schnecken daneben gehen. Ich werde den Napf jetzt immer voll werden lassen. Also, ich lasse den Napf... Was war das für ein Satz von mir? Also, ich werde den Napf jetzt immer voll, äh... Also, ich lasse den Napf jetzt immer voll werden. Sagen wir es mal so. Damit, ja, wir die maximale Kap... Okay, das war jetzt nicht voll. Aber, wir sind schon ganz gut dabei. Oh. Jetzt sind wir schon viel besser dabei. Das wird jetzt kein Problem. Easy. Dankeschön. Ja, ich bin auch voll, äh, begeistert von meiner Leistung. Ich bin so stolz auf mich jetzt hier. Ich habe Rons Kotze aufgefangen an einem Napf. Und er hat uns das nicht so leicht gemacht. Er hat immer in verschiedene Richtungen gekotzt. Das mache ich eigentlich auch. Geht es dir, Ron? Ich will nie wieder Schnecken sehen, solange ich lebe. Beim nächsten Mal kriege ich Malfoy. Wie kann er Hermine nur Schlammblut nennen? Mann, es ist nur ein Wort. Ja, aber es ist so ziemlich das Gemeinste, was ihm einfallen konnte. Schlammblut ist ein wirklich schlimmes Schimpfwort für jemanden, der aus einer Nicht-Magier-Familie stammt. Ein paar Zauberer glauben, sie wären besser als alle anderen, weil sie reinglütig sind. Danke, dass du mich verteidigt hast, Ron. Besonders, weil doch dein Zauberstab kaputt ist. Bäh, ich kann die Schnecken immer noch schmecken. Ich muss mir, glaube ich, mal die Zähne putzen. Mist, schau mal auf die Uhr. Wir sollten schleunigst zur Verteidigung gegen die dunklen Künste gehen. Muss das sein? Also Harry, ich weiß wirklich nicht, was du gegen Professor Lockhart hast. Er ist doch ein fantastischer Lehrer. Na, zumindest glaubt er das. Verteidigung gegen die dunklen Künste findet im Oberschloss statt. Ich bringe dich hin, Harry. Du bringst uns nirgendwo hin. Wir treffen hier unsere eigenen Entscheidungen. Okay, sie geht da rein, aber ich gehe da nicht rein. Die kann mich mal, tschüss. Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne nochmal nach draußen gehen, weil ich würde gerne jetzt das Quidditch-Training, noch weitermachen. Und dann können wir ja in der nächsten Folge eben zur Verteidigung gegen die dunklen Künste gehen. Aber jetzt möchte ich ganz gerne wirklich noch nach draußen gehen. Wenn ich hier irgendwie noch rauskomme. Kommen wir hier irgendwie noch raus, Leute? Ich gehe mal zur vorderen Halle. Hier muss ja irgendwo ein Ausgang sein. Hier ist der Typ, der uns immer fotografiert. Colin Grevy oder wie der heißt. Ich weiß es nicht. Ist mir eigentlich auch völlig egal. Mit dem haben wir nichts am Hut. Mit dem haben wir überhaupt nichts am Hut. Nichts. Okay. Na, das sieht vertraut aus hier. Kommen wir nach draußen oder ist es abgeschlossen? Das Schloss wird ja wohl nicht abgeschlossen sein. Die haben gesagt, wir können jederzeit da zurückkehren. Und dann werden wir das jetzt auch machen. Das würde jetzt nämlich noch ziemlich gut in den Zeitplan passen. Das würde jetzt keinen Sinn machen, wenn wir jetzt noch irgendwie damit anfangen würden. Und dann, ja, ist es dann sofort wieder vorbei. Ich will die Folgen ja nicht so lange werden lassen, immer. So, da ist das Quidditch-Trainingsfeld. Und er hat gesagt, es gibt noch ein fortgeschrittenes Training. Und das werden wir jetzt natürlich absolvieren. Und ich muss mich sowas von anstrengen. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich jetzt sagen. Das ist so. Weil ich will, wie gesagt, die maximale Anzahl an Hauspunkten bekommen. Und das hat bis jetzt immer geklappt. Bis jetzt in diesem Projekt schon. Schön, dass du wieder da bist. Lass uns gleich mit dem Training beginnen. Okay, Harry. Jetzt üben wir die Grundlagen deiner Besensteuerung auf einem speziellen Trainingsbesen. Steuere rechts und links, um zwischen den Pfosten zu fliegen. Und verwende die Kreuz-Taste, um zu beschleunigen. Versuch, den Parcours zu beenden, bevor meine Stoppuhr abgelaufen ist. Hä? Großartig. Du hast die Goldflügel in diesem Abschnitt. Trotzdem noch einen Versuch? Großartig. Du hast die Goldflügel in diesem Abschnitt. Trotzdem noch einen Versuch? Nein. Zunächst testen wir in deinem Suchertraining, ob du durch die zehn Ringe fliegen kannst, die der Schnatz erzeugt. Es ist nicht schlimm, wenn du einen Ring verpasst. Flieg einfach weiter, Harry. Das ist natürlich schlimm. Warum macht Colin Grevy das da auf? So. Flieg durch die Ringe, Harry. Ich fliege durch die Ringe. Ich werde sowas schon durch die Ringe fliegen. Das ist gut. Ja, ne? Ich bin auch voll überzeugt von mir gerade. Harry Potter, wie er eh fliegt auf dem Besen, geschmeidig wie ein Schwan in der Luft. Gute Arbeit. Weiter so. Schau machen wir hier durch die Lüfte. Fliegt uns, schwenkt uns. Das ist schon atemberaubend. Das ist absolut phänomenal. Dafür bekommst du die Goldflügel. Oh, ja. Das ist das Einzige, was für Harry Potter zählt. Die Goldmedaille. Wie bei Olympia. Es zählt nur Gold. Möchtest du noch ein bisschen üben? Äh, ne. Mir scheint, du hast raus, wie man den Schnatz jagt. Mal sehen, ob du ihn auch fangen kannst. Fliege durch 10 Ringe. Bewege dann deine Hand auf den Schnatz zu und drücke die Kreuztaste, wenn sie auf dem Bildschirm erscheint. Okay. 10 Ringe. Fliegt durch die Ringe, Harry. Ja, das ist mir bewusst. Ich weiß, ich muss durch die Ringe fliegen. Okay. Noch 8 Ringe bis zum Ziel. Genau, Harry. Okay. Das ist echt gar nicht so schwer. Das ist einfach. Also, das durch die Ringe fliegen ist einfach und das Fang ist eigentlich auch kein Problem. Aber wir wollen natürlich den goldenen Flügel-Dings da bekommen, um die maximale Anzahl an Hauspunkte zu sammeln. So. Oh, jetzt komme ich ein bisschen aus dem Tritt. So, und jetzt wird der Schnatz gefangen. Ditt, 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 ditt. Komm schon. Boah, ich hasse diesen Move. Wir müssen im richtigen Moment X drücken, wenn das da steht. Oh nein. Komm schon. Jetzt. Klasse. Dafür bekommst du die Goldflügel. Selbstverständlich gibt es die Goldflügel. Drei hundert fünf Punkte. Oh mein Gott. Harry Potter. Möchtest du noch ein bisschen üben? In einem Quidditch-Spiel erhält der Sucher, der den Schnatz fängt, hundertfünfzig Punkte für sein Team. Meistens gewinnt dieses Team dann auch das Spiel. Wollen wir doch mal sehen, wie du den Schnatz fängst, wenn du gegen einen anderen Sucher kämpfen musst? Okay, jetzt kriegen wir einen Herausforderer. Wer bist du? Ein unbedeutender Typ. Drei. Zwei. Eins. Los. Du hast vergessen, los zu sagen. Oh Gott, jetzt kommt ja einer, nur der schubst uns wieder. Das habe ich schon im ersten Teil so gehasst. Diese Schubser. Oh mein Gott. Ach, 26. What the hell? Ich hoffe, dafür gibt es denn noch Goldflügel. Oh Gott, ich habe einen Ring verpasst. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Oh Gott, noch einen. Oh Gott. Oh komm. Zwanzig Ringe noch. Noch zwanzig Ringe. 19. 18. 17. 16. Okay, ich habe langsam den Dreh raus. Oh, der war knapp. Hat aber trotzdem noch gereicht. Oh Mann. Ach, sein Druck. Wir haben einen Konkurrenten. Der meint es ernst. Aber kein Problem für Harry Potter. Will man meinen. Aber was dumm ist, ich bin am Steuer und da weiß man nie, was passiert. Ich hoffe, ich versau das jetzt nicht. Oh, er ist weg. 7. 6. Nein. Komm schon. Ich hoffe, das langt noch zu Gold. Komm on. Zwei Ringe noch. Einen einzigen Ring noch. Und jetzt zack. Wenn das jetzt nicht langt für die goldenen Flügel, dann will ich das nochmal aufbessern. Auf jeden Fall. Und zack. Lasse. Dafür bekommst du die Goldflügel. Yes. Wieder Gold. Und wieder die maximale Anzahl an Hauspunkte. Tut das gut, ey. So viel abzuräumen. Willst du noch ein bisschen üben? Du hast das Quidditch Training erfolgreich beendet. Nochmal? Äh, nein. Ich bin vollends zufrieden. Wir haben alles mit Gold bestanden. Wir haben das maximale abgeräumt. Und ja, besser geht's nicht. Gute Arbeit, Harry. Die Türen zum Quidditch Platz stehen immer für dich offen. Theoretisch ja. Aber ich werde hier trotzdem nie wieder vorbeigucken. Ich habe alles, was ich wollte. Es ging mir nur um den Ruhm. Nur um die Pokale. Die haben wir alle. Ha. Das ging ja eigentlich. Das ging. Wirklich. Also. Ich habe zwar ein paar Ringe verpasst beim letzten Durchlauf. Aber es ging trotzdem. Und das. Vor allem. Man muss auch nicht alles einsammeln. Und Leute. Ich würde sagen. Wir gehen jetzt auf ein Schloss rein. Und. Ja. Da beende ich die Folge. Und dann werden wir in der nächsten Folge dann. Zu Professor Lockhart gehen. Und Verteidigung gegen die dunklen Künste mal besuchen. Und dann müssen wir natürlich auch wieder die Note A erreichen. Ich hoffe ich schaffe sie diesmal beim ersten Mal. Werden wir aber sehen. Seid gespannt. Wie ich mich da anstellen werde. Ich weiß es ja selber nicht. Ich bin immer so eine Wundertüte. Mal kann was Gutes dabei rumkommen. Mal kommt ein dämlicher Fail. Das gibt es alles bei mir. Aber Leute. Ich würde sagen. Das war es jetzt erstmal mit dieser Folge für heute. Wenn es euch gefallen haben sollte. Dann würde es mich wie immer freuen. Wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dahin sag ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal.